Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 918 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Nackenschmerzen kommen vom ständigen Arbeiten am Computer und sind manchmal unerträglich. Die Nackenschmerzen kommen vom ständigen Arbeiten am Computer und sind manchmal unerträglich. Um 20 Uhr schließen wir den Betrieb für unsere Kunden. Danach müssen wir noch alles aufräumen. Um 20 Uhr schließen wir den Betrieb für unsere Kunden. Danach müssen wir noch alles aufräumen. Um 20 Uhr schließen wir den Betrieb für unsere Kunden. Danach müssen wir noch alles aufräumen. Der Flugkapitän bereitet das Flugzeug für den Start vor. Er überprüft alle Instrumente. Der Flugkapitän bereitet das Flugzeug für den Start vor. Er überprüft alle Instrumente. Das Waffeleisen ist warm. Wir können den Teig hineingeben. Ich habe Schlittschuhe ausgeliehen. Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Ich habe alles berechnet. Ich habe nicht genug Geld. Nordic Walking ist eine schonende, aber gleichzeitig auch effektive Sportart. Die eine Kerze habe ich schon erfolgreich ausgepustet. Die zweite Kerze schaffe ich auch noch. Ich fege den Boden im Gewächshaus mit einem Besen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mehr ist in diesem Monat vom Haushaltsgeld nicht übrig geblieben. Mehr ist in diesem Monat vom Haushaltsgeld nicht übrig geblieben. Wir haben zusammen Medizin studiert. Wir haben zusammen Medizin studiert. Schon als Kind habe ich gerne im Laden meiner Eltern mitgeholfen. Heute bin ich Inhaberin der Firma. Schon als Kind habe ich gerne im Laden meiner Eltern mitgeholfen. Heute bin ich Inhaberin der Firma. Möchtest du auch einen Burger mit Fisch, Tomaten und Salat? Möchtest du auch einen Burger mit Fisch, Tomaten und Salat? Möchtest du auch einen Burger mit Fisch, Tomaten und Salat? Meistens stehe ich morgens um Viertel nach sechs auf. An Sonntagen schlafe ich länger. Meistens stehe ich morgens um Viertel nach sechs auf. An Sonntagen schlafe ich länger. An Sonntagen schlafe ich länger. Ich bin bereit. Das Spiel kann beginnen und diesmal werden wir haushoch gewinnen. Ich bin bereit. Das Spiel kann beginnen und diesmal werden wir haushoch gewinnen. Ich bin bereit. Das Spiel kann beginnen, und diesmal werden wir haushoch gewinnen. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich brauche kein Frühstück. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich brauche kein Frühstück. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich brauche kein Frühstück. Die Orangen sind reif. Ich kann sie vom Baum pflücken. Auf meiner rechten Schulter sitzt eine schwarze Katze. Auf meiner rechten Schulter sitzt eine schwarze Katze. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Jetzt ist die Verspannung im Nacken komplett verschwunden. Jetzt ist die Verspannung im Nacken komplett verschwunden. Jetzt ist die Verspannung im Nacken komplett verschwunden. Ich habe mehr Lebensqualität gewonnen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Auch in meinem Handwerksbetrieb ist das Arbeiten ohne moderne Technologie nicht mehr möglich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.